Huhuhuhuhu Ey, sag mal B.H. B.H. So, ähm Gott sei Dank, wir sind auf jeden Fall weiter wie letztens. So, weiter. Uh Ui, was ist das denn? Hier liegen ja so viele Leichen Pscht Oh mein Gott Äh Sendebericht Apollo Oh 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 Wir kriegen glaube ich Gesellschaft Hm Glaube ich zumindest Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Schrank, wo wir uns verstecken können Gut zu wissen Der liegt ja auch lustig Ach ja, ich leg mich einfach mal auf den Tisch Ist gemütlich Okay, der hat nichts bei sich Hallo Hallo B.H. Oh Oh Ich hör das Alien die ganze Zeit laufen Oh komm mach fertig, mach fertig, mach fertig Über Oh da ist das Alien Oder ist das Alien Oh da ist das Alien Oh der ist das� Oh da ist... Hhhhhh Geht's jetzt da hin oder nicht? Hallo? Probieren wir es nochmal aus. Oh nein! Wie hohl ich doch bin! Wie hohl bin ich denn? Gott sei Dank. Kann man das wieder aufheben? Nee, scheiße. Fuck. Erschreckt mich doch nicht so. Oh. Äh. Bitte, hier sind Kinder. Huh. Äh. Wo müssen wir denn lang? Nee, von hier kamen wir doch, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Nee. Quatsch. Hä? Déjà-vu. Déjà-vu vielleicht? Oh. Okay, das Alien war da hinten. Also können wir hier ein bisschen laufen. Ein klein wenig. So, die Kisten räumen wir leer. Je mehr wir haben, desto besser. Äh. Okay, die Tür ist zu. Die können wir aber öffnen. Indem wir mal eben hier das Ding wegmachen. So. Verdammt. Verdammte Axt. Ja, der Nightbot funktioniert übrigens auch. Ihr könnt einfach Werbung schreiben. Dann seht ihr meinen YouTube-Channel. Hä, jetzt bin ich hier? Lol. Äh. Okay. Wie gesagt, einfach Werbung reinschreiben. Dann seht ihr meinen YouTube-Channel und halt Werbung. Ja, ich habe einen YouTube-Account. Da steht jetzt alles. Underworld hat Werbung geschrieben. Äh. Ich werde mal speichern. Ja. Äh. Was ich gerade nicht verstehe. Was haben wir denn als Ziel? Haben wir irgendwo was stehen? Ähm. Die Server... Riegeln sie die Server-Farm ab. Okay, wir müssen also nochmal in den Server-Raum. Okay. Gut zu wissen. Äh. Wir müssen auf jeden Fall hier den Server-Raum abschließen. Komme ich hier lang? Ja, Gott sei Dank. Bitte keine Schimpfwörter benutzen. Auch Englische nicht. Ja. So. Hat es uns schon gesehen oder nicht? Ich hoffe nicht. Alter. Ganz leise. Jetzt ehrlich ist die beste Mamie der Welt. Ich glaube auch. was, wo, wer, was, wo, warum, weshalb, äh, malo? Ist es jetzt hier oder nicht? Ich glaube nicht. Ich, äh, hoffe, ich hoffe es mal. Da hinten ist es. Aber wie sollen wir hier den Raum abriegeln? Wir müssen ja irgendwo so ein System geben. Wo wir das abriegeln. Uah. 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 Das heißt, irgendwo muss was sein, wo wir noch nicht waren. Wo wir den Raum abriegeln können. Aber wo? Wo können wir denn diesen Server-Raum abriegeln? Mann. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Oh nein. Nein. Was denn jetzt? Ach du Kacke. Dafür habe ich jetzt auch gerade Zeit. Hm. Ist klar. Komm, mach fertig. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Äh. Lalalalala. Lalalalala. Ja. Mit diesen schönen Bildern möchte ich euch in eine kurze Pause entlassen. Und dann geht es gleich hier weiter in der Let's Play Live Show. Spannend. Ja. Also. Bis gleich. Und dann geht es gleich. Und dann geht es gleich. Und dann geht es weit. So wenn die Pause vorbei. Weiters geht es. So. Pause vorbei. Tja, Lukas, Mason, ich hoffe, du meinst nicht mich. Ansonsten gibt's einen Bann. So. Ähm. Tja, schauen wir mal, wo müssen wir... Wir müssen auf jeden Fall die Station abriegen, oder den Serverraum. Gucken wir mal, wo wir das machen können. Puh. Was ist denn hier? Okay, da dürfen wir noch nicht rein. Das heißt, da müssen wir irgendwie die Luftzufuhr umstellen. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, wo? Ja, ist doch... Mein Gott, ist doch okay. Na toll, jetzt darf ich gleich ein Medikit nehmen. Flammenwerfer auspacken. Fragt das Alien nach dem Weg? Hm? Alien? Hallo? Wo geht's lang? Aber wie können wir denn diese Anlage hier abriegeln? Ich hab hier nichts gefunden in dem Raum, oder ist hier noch irgendwas anderes? Ich hab hier auch nichts anderes irgendwie... Huch, ach, hier liegt noch jemand. Nichts anderes gesehen. Self-Waxing. Guck mal denn jetzt darauf. Hier komm ich auch nicht rein. Und von hier kommen wir, ne? Ich glaube schon. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt gehabt, wie ich das erste Mal angefangen hab zu spielen, dass ich halt die Karte nicht benutzen möchte. Um das Ganze noch ein bisschen authentischer zu machen. Verbesserung für den Plasmaschneider brauchen wir hier. Okay. Das Alien, mein Freund, will mir was schenken. Uh, uh, was hat es denn für mich? Was? Das hört sich mal an wie die Omi aus... Wow! Oh! Ach nee, das ist der... Ach so, okay. Das ist der Android. Du scheiß Android, du. Aber wie regeln wir denn hier diese Scheiße ab hier? Ey, das gibt's doch nicht. Kann man hier was machen? Mein Gott. Ich hab hier aber auch nichts gesehen irgendwie, was wir... Eine AK-47 gibt's mir. Huh. Ob ich damit weiterkomme hier? Im Weltall? Ich weiß es nicht. Ähm, okay, hier ist der Server-Control. Aber da können wir ja nichts machen, oder? Die Türen haben wir ja beide ausprobiert, oder? Nochmal kurz schauen. Tür verschlossen. Hier ist nichts. Da ist auch die Tür verschlossen. Hier ist auch nichts. Da auch nicht. Puh. Hm, das... Da kommen wir nicht rein. Da müssen wir erst die Luftzufuhr umstellen, dass wir da reinkommen. Und hier kommen wir wieder zurück in den Raum, wo der Typ hier an der Scheibe stand. Können wir hier vielleicht was tun? Ja, regeln sie die Server-Farm ab. Ja, aber wie? Wo kommen wir hier hin? Slasher One, das Spiel ist Müll. Ja, hm, komisch. Warum guckst du es dann? Verstehe ich nicht. Warum solche Leute so einen Kommentar sch... Ich meine, okay, bleibt dir in Sätze erlassen, was er schreibt, aber... Ne, warum muss man... Wie regle ich denn die Server-Farm ab? Muss mir mal einer erklären? Waren wir hier? Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Wo kommen wir denn hier hin? Ne, hier ist nur ein... Uah... Ah, hier können wir noch was umstellen, stimmt ja. Stellen wir ihn mal wieder auf Türzugriff. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Uah, uah, uah. Okay, jetzt wird's doch Zeit für ein Medikit. Okay, dann würden wir nämlich da hinten nicht langkommen. Alles klar, also bringt das nichts für da hinten. Für den Raum, wo wir ja gewesen waren. Oder ge... Hä? Ah, jetzt geht's weg. So. So. Oh, ich werde das Alien schon wieder... Strom wieder herstellen. So, hier kommen wir wieder in den Raum rein. Ich schnall momentan noch nicht genau... Oh. Wie wir den Serverraum abriegeln. Hallo. Ich will hier nicht sein. Oh, 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 oh. Ist auf jeden Fall besser wie Alien Colonial Marines. Das Spiel hier. Weil die letzten Alien-Spiele, die so rauskamen, die waren ja totaler Müll. Das ist eins der besten Alien-Spiele, die ich je gesehen habe. Was diese Atmosphäre angeht, auf jeden Fall. Wie kriegen wir denn hier den... Dings umgestellt? Wir müssen ja irgendwie... Müssen wir denn da rein? Kann das sein, dass wir da rein müssen? Da ist auf jeden Fall ein Terminal. Was steht da an? Okay, Nostromo. Und da ist auf jeden Fall auch was. Das ist eine Kiste. Aber wir können hier nichts... Doch, hier können wir was tun. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Das ist das. Das hier. Dann kommt das. Und dann kommt das. Sehr schön. Hallo Chili, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Prost zusammen. Alienverse Predator war auch nicht schlecht. Das stimmt. Entkommen sie aus dem Server ab. Na toll. Geh weg, 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 du scheiß Android. Geh weg. Du brauchst mehr Zeit Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Was ist denn hier? Was? Warum ist die Tür da offen? Oh, mach fertig, mach fertig Oh, sofort speichern Flexi, ignoriert meine Gurkenkommentare Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Oh, Gott sei Dank Meine Gurkenkommentare, ja natürlich Du kleines Gürkchen Gürkchen So Hallo, hallo Nein, ich will nichts über Sevastopol-Sicherheitsvorschriften wissen Ich hab gerade keine Zeit dafür Was ist jetzt hier mit Abriegeln? Wer riegelt denn hier was ab? Oder wo muss ich hin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ja, ich wurde beim Speichern schon terminiert Definitiv Terminiert ist ein gutes Stichwort Das war bei der letzten Folge so Brustflex Ja, ich muss gleich ein neues Bier holen Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen? Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Geminella-Boren Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren Ripley, Ricardo Wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle Ja, super Nehmen Sie den Aufzug zu Giminella-Explon-Solution Die Frage ist, wo ist das? Wo müssen wir hin? Äh Müssen wir jetzt wieder nach unten? Nach oben? Oh Gott, und hier kann man sich so verlaufen Weil jetzt ist es echt verdammt groß Jetzt wirkt das auch nach einer Zeit Hallo? Jetzt ist die Frage, welchen Aufzug müssen wir nutzen? Müssen wir hier lang? Was, 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 was? Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nein Ich habe keinen Plastenschimmer, wo wir hin müssen Facility Control Vielleicht ist da ja ein Fahrstuhl Da ist, glaube ich, ein Fahrstuhl Vielleicht müssen wir den nehmen Dankeschön, Shelly Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige ist Aber der ist auch aus Der Fahrstuhl Ja, super Toll Hehehe 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 Ich hasse es, wenn so Punkte auf der Karte erscheinen Oder auf dem Motion Tracker Hör auf zu rennen Wo muss ich? Ach, da muss ich hin Ah ja, stimmt ja Das war ja auch gleichzeitig das Navi Kann ich an dem Balken da sehen In dem Rahmen Oh, das sieht so gut aus, ey Das ist unglaublich Okay, wir müssen nach oben Oder? Ja Mainframe Systems Mhm Wir müssen nach rechts Oh 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 Ähm Hehehe Was für ein Was hast du für ein Headset? Ich habe das Turtle Beach PX-22 Was? Was? Nein Fuck, jetzt kommen noch Gegner Scheiße Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen Was machen wir denn da? Ähm Geräuschmacher vielleicht fürs Alien? Ich finde es so geil, wenn du dich erschreckst Hallo, Nen Jungs Ich größe Alter, willst du mich ver... Nein, ich will doch hier, dass ich den Geräusch mache Ach, wir haben keinen Geräuschmacher mehr Nein Fuck Ähm 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 Ich kann nicht glauben, dass die Arschen mich rausgeschmissen haben Sie mussten runter Wow, wow, what, what the Was passiert denn da gerade? Oh oh Wir haben Ärger Wir haben Ärger Klingt super Genau, wenn es nur scherzhaft gemeint ist Bitte anständig bleiben Ich glaube, das Alien hat gerade Die Arbeit für uns erledigt Ja Das Alien hat soeben die Arbeit für uns erledigt Das heißt, wir können hier getrost weitergeben Und schauen mal, was wir hier machen können Ähm Laut... Lautsprechersystem machen wir mal an Sehr schön So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier lang, wo das Alien war Oh nein Oh nein, das kommt auch noch da Geh weg Geh weg Oder? Alien, geh weg Alien, geh weg Hallo Ich bin so alleine Ah, hier ist der Aufzug Oh, Gott sei Dank Oh Meine Güte Was, 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 was Du bist ein cremiger Lauchbäu, du Kui Genau, anständig bleiben hier im Chat Genau, richtig Sonst gibt es einen Bann Sonst bann ich alle weg Genau, Schonator ist ja Mod Stimmt ja, richtig Passt du schön auf Wie gesagt, sofort bei Beleidigungen oder sowas Äh, sofort Bann Ja Ja, ich hab den Aufzug gefunden ohne Karte Es gibt ja eine Karte hier im Spiel Die ich aber gesagt habe, wie gesagt Äh, die ich nicht benutzen möchte Wo ich doch, ähm Ja Ich das Spiel so durchspielen möchte Und dann bin ich mal gespannt auf den Überlebensmodus Boah Das wird bestimmt lustig Ich bin in Gemini, Waits Oh Stellen Sie den Zugall zum Vertrieb wieder her Oh, das sieht ja lustig hier aus Alles rot Mhm Und ich höre schon das Alien Und ich, es wäre mal an der Zeit zu speichern Wohlgemerkt Ich könnte gut einen Speicherpunkt jetzt gebrauchen Oh, da ist ein Speicherpunkt Indem du Mods hinzufügst Kann man bannen Oder halt hier über der Playstation einfach auf die Share-Taste Und dann Kommentare anzeigen Und dann denjenigen bannen Den du bannen möchtest Oder ausschließen Kann man das wählen dann Was? Sitzt da jemand? Hallo? Warum sitzt du denn da? Sag mal, willst du nicht nach Hause gehen? Hier ist ein Alien-Unterwies Ich meine nur mal so Äh Towerlink Train System Okay Ah, wir sind hier in dem Bereich Wo die ganze Thematik von den Zügen Von der Station Aufläuft Es gibt einen Überlebensmodus Ja, gibt es Wer braucht schon Speicherpunkt? Nicht zu danken an Nate? Nate, ich hoffe, das riecht dir ausgesprochen Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen Huch Ich schieße mal eben in den Wer bist du denn? Sie sehen ganz schön mitgenommen aus Wenn ich dir erzähle, was ich hier alles erlebt habe Dann bist du auch mitgenommen Gimini Explosion Solution Oh, wir sind glaube ich schon mal richtig Schon mal supi Ich werde mich mal ein wenig umsehen Boah, was ein Ausblick Ist das die Sonne? Das ist toll Mich würde mal interessieren, wenn das Alien hier reinkommt Was es mit ihr macht Nur mal so Es ist ja schon wieder unterwegs In anderen Räumen Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen Ja, ja Du erzählst auch mal wieder das gleiche Notfallüberbrückung Achso, da Hä? Äh, was? Wie? Jetzt habe ich mir die Tür zugemacht, oder was? Achso, damit kann man den Alien die Tür zumachen Achso Gut zu wissen Das muss Es ist im Lagerraum genau vor mir Wie gut, dass ich weiß, dass ich da nicht lang gehen kann Zumindest nicht alleine Was? 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 Warum wird das so schnell? Boah, ist das geil gemacht Entschuldigung, dass ich das immer wieder erwähnen, aber das ist einfach nur Total cool Exo... Exoplanet Solutions So, hier haben wir noch eine Tür Da werden wir Ui Und da kommen wir ja eh nicht durch, ne? Genau, ist ja keine Tür Tschüss, Alien Alter Falter Was ist das denn hier? Okay Genau, genug geredet Psst Ich werde mal eben schauen, ob wir hier irgendwas erstellen können Ähm Ne, EMP-Miner nicht Ein Molotow-Cocktail Nein, Medikit können wir erstellen Sehr gut Ich meine, für das Alien brauchen wir sowieso kein Medikit Aber für die anderen Gegner Wie es hier noch gibt Äh Pushing, Überlebensmodus Was ist denn da anders? Ja, da hat man Zeitdruck Beim Überlebensmodus The Die